hallo und herzlich willkommen in der klemmenbausteinwelt da steht da wieder der radlader und heute geht es eigentlich nur noch darum jetzt alles zusammen zu bringen was zusammen gehört und dann schauen wir ob das ganze funktioniert ich hatte euch ja beim letzten mal gezeigt und habe es euch auch gesagt dass ich die pumpen austauschen muss weil mit den pumpen funktioniert es überhaupt nicht also brückdenk apotheke befragt zwei pumpen zu einem exorbitanten preis bestellt und die alten pumpen ich habe sie schon ausgetauscht deswegen sieht das hier jetzt alles so ein bisschen sehr sehr zerruft und zerpflückt aus das hier sind die alten pumpen und dass die nicht funktionieren also das wundert mich nicht hier ist ja im grunde genommen überhaupt nichts was irgendwie pumpen könnte das ist bei der hier genau das gleiche ich weiß gar nicht ob man da mal so eine aufmachen kann ich habe es mir bis jetzt noch geschenkt aber das dürfte ja keine große ist keine große sache kriegt man recht gut hin na gut das erklärt dann so ziemlich alles gucken ob ich das jetzt hier raus bekomme da ist der gummyeinsatz und ich komme ich komme mal ganz nah ran ich hoffe er fokussiert er fokussiert natürlich er findet mich schöner als dieses gummi aber ihr seht das das ist ein witz was hier drauf ist also da ist china noch ganz ganz weit von entfernt zu sagen wir können hier was vernünftiges produzieren das mag bei firmen wie mold king und kader ganz gut funktionieren aber das was wir da so im steine zubehör bekommen also das spottet hier jeder beschreibung das ist ganz ganz arm das ist der letzte schrott aber wirklich der allerletzte schrott es hat ja auch nicht funktioniert von daher also das hat mit pumpe nichts zu tun das ist müll hier drin sind zwei lego pumpen getestet habe ich das ganze im prinzip schon im vorfeld einfach nur damit es sich ja heute nicht unnütz in die länge zieht wie das ganze dann vonstatten geht das will ich euch dann natürlich gleich zeigen auch die räder sind noch nicht ganz fertig auch da bin ich schon ein bisschen in vorarbeit gegangen und habe hier so ein paar teile liegen auch hier schüsselweise schon alles im prinzip so weit vorbereitet dass ich jetzt also wirklich nur noch minimalste arbeiten zu erledigen habe diese werde ich jetzt rasch vonstatten bringen dass dieser radlader fertig wird und naja dann denke ich mal kann es dann auch schon in eine funktionsprüfung gehen und deswegen jetzt gar nicht großartig rumgeredet ich wechsle mal die kameras bau das hier alles zusammen und dann lassen wir uns überraschen ich bin Da ist es endlich. Vor mir stehen über 12.000 Teile zusammengepackt zu einem Radlader und ihr seht das, ihr könnt mich kaum noch sehen. Das ist also wirklich ein Mordsgerät. Es gab nochmal einen heftigen Rückschlag ganz zum Schluss. Ich wollte im Vorfeld schon mal alle Buvis programmieren, damit sie hier mit diesem Playstation Controller dann auch funktionieren. Das gestaltete sich sehr, sehr schwierig. Da habe ich dann auch mit dem Designer nochmal telefoniert und wir haben uns da beraten, weil das Ganze wollte nicht. Es wollte also wirklich überhaupt nicht. Es hatte sich herausgestellt, ich habe soweit alles richtig gemacht. Stand schon kurz davor, das Ding in die Tonne zu kloppen, weil ich gedacht habe, toll, hast du wieder ein teures China-Mock, was vorne und hinten nicht funktionieren möchte. Ich war also wirklich sehr, sehr begeistert, aber der Ehrgeiz hat nicht losgelassen und ich habe mich durch sämtliche Leistungskurven und alles, was man an so einem Buvis irgendwo verändern kann, herangetraut. Ich habe alles auf das Schwächste gestellt, was irgendwo möglich ist und siehe da, auf einmal funktionierte alles. Das hat sich mir aber nicht ganz so ergründet, warum es nur auf der schwächsten Stufe funktioniert. Ich habe mir gedacht, es muss ja Minimum auf der normalen Stufe funktionieren. Es hat sich dann herauskristallisiert. Ich weiß nicht, könnt ihr das sehen? Ich denke mal, ihr seht, dass hier eine Lampe blinkt. Das macht sie jetzt seit über zwölf Stunden. Da hat ein Buvis einen Treffer. Das ist also ein Fall für den Kundendienst. Somit hieß es für mich aber leider Gottes auch nochmal wirklich sehr, sehr viel hier zurückbauen. Buvis raus und S-Brick rein. Also zumindest einen S-Brick und dann Buvis wieder durchtauschen, damit die Programmierung halbwegs funktionierte. Und so konnte ich dann endlich anfangen, Tests zu machen. Gehe ich aber gleich nochmal kurz drauf ein. Ich denke mal, wir schauen jetzt erstmal, solange er jetzt hier wirklich in der größtmöglichsten Position steht, was haben wir hier für ein Geschoss stehen. Ich weiß gar nicht, wie ich den jetzt am besten ausmessen soll. Ich mache jetzt einfach mal vom Heck bis zum Vorderrad habe ich hier 70 Zentimeter und die Schaufel ganz bis nach oben bin ich bei 63 Zentimeter in der Gesamtgröße. Das ist stattlich. Sehr, sehr stattlich. Ich will nicht verschweigen, dass das hier alles nicht Gold ist, was hier gerade glänzt. Es gibt Probleme. Probleme, die ich aber nicht ausfindig machen kann, woran es liegt. Ihr seht jetzt, die Schaufel, die ist hier oben zusammen mit dem Arm und alle Zylinder sind ausgefahren und es fällt auch nicht runter. Was bedeutet, das System als solches ist erstmal dicht, weil ansonsten müsste das ja jetzt hier stumpf nach unten klatschen. Aber wie ihr seht, tut es das nicht. Das Problem ist aber, auch da habe ich mit dem Johann nochmal drüber gesprochen, ich kriege ihn nicht ganz hoch gepumpt. Es ging dann immer nur bis zur Hälfte. Dann hänge ich oder dann helfe ich mit der Hand nach und dann wurde auch der letzte Rest geschafft. Sehr, sehr vieles habe ich überprüft. Jetzt kommt schwerwiegend hinzu, zwei gebrauchte Pumpen Lego, acht gebrauchte Pneumatikzylinder und ich habe sie dann alle nochmal versucht mit so ein bisschen Stahlwolle sauber zu machen. Ich habe sie ein wenig mit Teflon eingeschmiert. All das hat nicht gereicht, das Ganze hoch zu drücken, obwohl die Schiener Zylinder so weit dicht sind. Ihr seht, das Ganze steht hier oben, wäre hier irgendwas undicht, das würde runter klatschen. Das hat hier alles ein ordentliches Gewicht. Ich würde euch ganz gerne die Funktion der Pneumatikteile, das hat ja mit dem Fahrbetrieb nichts zu tun, erstmal hier an Ort und Stelle zeigen. Weiß ich natürlich, das Ganze ist ein bisschen laut. Gut, daher denke ich mal, werde ich einfach nur die Bilder sprechen lassen. So habe ich dann die Chance, den Ton ein wenig runter zu nehmen. Aber ihr seht zumindest, dass ich dann hier nicht wirklich viel machen muss. Die Funktion, das funktioniert dann alles über den Controller. Da, wo ich mit der Hand zupacken muss, auch das werdet ihr dann natürlich sehen. Der Deckel, der liegt hier jetzt nur halbherzig drauf, weil ich musste hier jetzt erstmal provisorisch eine Akkubox reinlegen. Deswegen nehme ich den Deckel mal runter. Ansonsten funktioniert das hier spitzmäßig. Ich kann es nochmal eben kurz hier hinlegen. Also hier ist so eine kleine Klappe, kommt man dann dran, kann den Buvis einschalten. Ohne Probleme kommt an die Ladebuchse und an den einzigen Stellhebel für die Luftwege, die für den Sitz verantwortlich sind. Den kann man hier regeln. Das ist nicht motorgesteuert. Alles andere wird über Servus gesteuert. Eine wunderschöne Sache. Und sie funktioniert auch soweit ganz gut. Jetzt hoffe ich mal, dass ich das alles hier, nee, das kann ich natürlich alles nicht steuern, ohne dass überall die Dinger angesteckt sind. Weil sonst sucht er sich wieder einen Wolf. Den hier muss man einmal kurz abziehen, damit man an den Einschalter von dem hinteren Buvis drankommt. Keine große Sache, kein großes Geheimnis. Auch hier hinten, keine große Sache, kann man ganz wunderbar die Heckschürze, so nenne ich es mal, kann man abnehmen. Ist dann auch gleichzeitig lang genug, dass man auch hier an den Ein- und Ausschalter kommt, wenn man ihn denn dann trifft. Was ein bisschen komplizierter zu erreichen ist und auch am kompliziertesten zu erreichen ist, das ist der Buvis, der hier unten versteckt ist. Ansonsten sind sie soweit alle spitzenmäßig zu erreichen. Dann die schöne Handy-App starten. Das ist das Einzige, was mich hier so ein bisschen nervt an dem Ganzen, dass es nicht ohne Handy geht. Das dauert ein bisschen. Jetzt muss es ja alle erst mal verbinden. Der muss auch mit verbunden werden. Also vieles, was verbunden werden möchte. Die Verbindungen sind jetzt soweit alle da. Dann mache ich mal die Pumpen an und lasse dann jetzt einfach mal die Bilder sprechen. Dann mache ich mal die Untertitelung des ZDF, 2020 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 Dann gehört dieses ganze Set. Ich hoffe, sorgenfrei gehört es dann euch. Arbeitszeit kann ich nicht sagen. Ich könnte jetzt meine ganzen Videosequenzen zusammenrechnen, funktioniert aber nicht. Einiges habe ich gebaut, da hat die Kamera nicht gelaufen. Es sind ein oder andere Umbaumaßnahmen gemacht worden oder Umbaumaßnahmen nicht. Es sind nochmal Veränderungen gewesen. Ich war da so eine Art Beta-Tester für die Anleitung, könnte man so sagen. Da hatte sich der ein oder andere Fehler mit eingeschlichen. Das wurde dann nochmal alles angesprochen und nochmal dokumentiert. Und das kostet natürlich auch alles Zeit. Deswegen, gefühlt dürften es um die 50 Stunden gewesen sein. Und wenn ich meine Erfahrungen der anderen großen Set so mit dabei nehme, wird das auch eine Zeit sein, die man da locker einrechnen muss. Ich kann mich eigentlich nicht dran satt sehen. Das ist so ein schönes Set. Das ist schon eine feine Sache. Fehlteile habe ich euch angesprochen. Sehr, sehr viele Gummikonnektoren habe ich auch gleich angerufen, wollte man mir schicken. Hätte mir jetzt aber wirklich alles zu lange gedauert. Wäre ein Anstand losgekommen. Das wäre hoffentlich dann auch halbwegs schnell gegangen. Ansonsten keine Fehlteile. Es ist nach wie vor eine mehr als faszinierende Geschichte, keine Fehlteile zu haben. Wie auch immer so etwas passiert oder wirklich minimal an Fehlteilen. Nur bei 12.000 Teile hätte ich gedacht, stoße ich hier mindestens auf 1.000 Fehlteile. Das hat sich nicht bewahrheitet. Also hier ist wirklich sehr, sehr sorgfältig gepackt worden. Ich habe in meiner Rechnung was vergessen. Das fällt mir jetzt aber gerade erst ein. Ihr müsst nochmal 40 Euro draufrechnen, weil ich habe ja die blauen Dreierpins alle rausgeschmissen und habe sie durch schwarze Dreierpins ersetzt. Die haben auch nochmal ungefähr 40 Euro gekostet. Das habe ich euch ganz verschwiegen. Gut, dass ich nochmal eine kleine Inmichkehr gehalten habe. Kann ich euch jetzt noch irgendwas erzählen? Nee, erzählen kann ich euch nichts mehr. Es bleiben jetzt nur noch die Aufnahmen schuldig, wie es fährt, ob es fährt. Man könnte jetzt Wetten abschließen. Ich bin hin und her gerissen. Hier stehen über 10 Kilo, allerdings auf 8 Motoren. Da sollte man meinen, dass das Ganze funktionieren wird. Ich werde es jetzt rausfinden, zusammen mit euch natürlich. Gehen wir jetzt mal nach draußen und machen mal den großen Fahrtest. Und ich denke mal, danach sehen wir uns dann hier nochmal rüber. Und dann reden wir über das, was wir dann gesehen haben. Und dann setzen wir uns dann mal an. Ja, dann nehmen wir uns das wieder hin. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ein Mock. Das ist also kein Lego-Set, was mit einer Bauanleitung kommt, wo ein Teil nach dem anderen ineinander gesteckt wird. Hier geht es dann rund. Hier muss man teilweise mal mitgrübeln, hier muss man vorblättern, zurückblättern, links gucken, rechts gucken. Wie kann das sein? Wie kann sowas funktionieren? Das sollte man alles wissen. Und wenn es dann an der einfachsten Physik scheitert, dass man nicht weiß, wie ein Flaschenzug funktioniert und man deswegen einen Kran nicht zusammenbauen kann, dann wird es mit sowas schwer. So, ich denke mal, es ist jetzt wirklich alles über diesen Radlader gesagt, was man sagen kann. Unterm Strich kann man eigentlich nur sagen, ein geiles Teil. Bums. Mehr kann man dazu nicht sagen. Wie gefällt er euch? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Überrascht es euch wie mich, dass er gefahren ist, auch wenn es nicht weit gewesen ist? Und ich denke mal, das Zahnrad, das knöpfe ich mir nochmal vor. Also das ist daran jetzt wirklich zum Schluss gescheitert hat und an Strom. Da könnte mir jetzt virtuell links und rechts eine Ohrfeige geben. Da hätte ich im Vorfeld dran denken können. Aber bei der ganzen Testerei hier und Einstellerei ist mir das wirklich durchgegangen. Mir sei verziehen. Es waren auch viele Stunden Fehler suchen. Naja, dass es dann auf so einen Fehler hinausgeht. Mehr Kulpa. Ansonsten kann ich nur sagen, vielen lieben Dank, dass ihr mir zugeschaut habt, dass ihr euch das alles angehört habt, was ich zu erzählen hatte, dass ihr euch alles angeschaut habt, was ich zu zeigen hatte. Hat es euch gefallen? Gerne den Daumen hoch. Hat es euch nicht gefallen? Natürlich gibt es auch einen Daumen runter. Wenn ihr kein Abo habt, freue ich mich da immer drüber. Das wisst ihr ganz genau. Und wo ich mich aber am meisten drüber freue, das ist, wenn wir uns bei meinem nächsten Video gesund wiedersehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.